Danke, dass ich auch so viel mit dir erleben durfte. Danke. Sehr gerne. Ich danke dir. War jetzt auch ein bisschen so wie das Ende eines Gesprächs mit dem Bandberater. Ich habe mich für ein traditionell thailändisches Tattoo entschieden mit der Bedeutung Protection. Ich protecte mich vor der Polymeike, dass die mir nicht so viel anhaben kann. Ich habe mich für Happiness entschieden. Das ist auch gut bei dir. Du bist so viel am Weinen. Bei dir ist so ein bisschen Happiness. Eine Brise Happiness könnte da ganz gut tun. Wie ungefiltert meine Sicht auf Maike ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz einschätzen. Das macht dich sehr sympathisch. Das macht einen richtigen Schnuffelhasen aus. Da wissen wir Bescheid. Das weißt du auch selber. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Sonja, dein Lieblingsbrotter mit Herz. Und ich heiße dich willkommen zu einer neuen Folge von Princess Charming. Und zwar sind wir hier in der finalen Folge. Und ich muss an dieser Stelle etwas sagen. Okay, ich muss wirklich etwas sagen an dieser Stelle. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Und ich bin froh, dass wir hier heute nochmal die Reaction machen können. Und darüber sprechen können. Und zwar hoffe ich, das ist auch im Sinne von allen. Es ist ja so, dass ich in dieser Staffel vieles, was Lea gemacht hat, nicht so gefeiert habe. Ich habe nicht verstanden, warum sie dranbleibt an Frauen, die ihr eigentlich nicht das geben, was sie will. Und zwar den Wunsch nach Monogamie. Ich habe es bei Lucella nicht verstanden. So hieß sie doch, oder? Lucella? Oder ist es das Eis? Lucella, ich verstehe nicht, warum sie an Maike dranbleibt. Ich verstehe nicht, warum sie an... Ich verstand nicht, warum sie an der rothaarigen Marlene so lange dranbleib. Ich verstand auch nicht so dieses... Ja, warum... Warum will sie, dass keiner untereinander was hat? Obwohl sie ja auch mit so vielen was hat, da habt ihr ja auch ordentlich Gegenwind geliefert. Und habt ihr auch gesagt, hä? Das ist doch aber das Konzept der Show und so. Und dann habe ich auch so Sachen gesagt, wie das ist ein Autounfall, das ist nicht so geil hier und da und verstehe ich nicht und oh mein Gott und bla bla bla. Jetzt ist es ja so, dass ich auch Reels mache und da die Person verlinke. Beziehungsweise Gabi übernimmt das für mich. Und so war ich in meinen DMs irgendwann letzte Woche und habe halt nur gesehen, dass der Chat mit Lea auftauchte. Weil sie wurde verlinkt in einer Story und dann sieht man das ja. Ich habe sie aber nicht persönlich verlinkt, sondern es war, wie gesagt, Gabi in meinem Auftrag. Und dann bin ich da reingegangen, weil ich glaube ich gesehen habe, dass da stand gesehen. So, bin ich da reingegangen und dann habe ich gesehen, dass Lea mir nach meiner ersten Reaction zu Prince Charming, in der ich sie auch markiert habe, geschrieben hat. Und zwar, dass sie ein Schnuffelhase ist und dass es für sie irgendwie voll aufregend war, zu sehen, dass ich auf sie reagiere und so. Und dass ich bereits in der ersten Folge irgendwas gesagt habe, so in Richtung, ach, die typische Aussage einer Vermeiderin. und dass das schon ein bisschen gezwiebelt hat. So, und jetzt sind ja noch sechs weitere Reactions passiert seitdem, oder sieben, in denen ich ja noch mehr Kritisierendes über sie gesagt habe. Leute, ich konnte in der Nacht schwer schlafen. Ich habe erstmal nur reagiert mit einem, oh nein, irgendwie so. Ich konnte in der Nacht nicht schlafen, weil ich habe von Lea geträumt, weil ich mir so dachte, Lea ist ein Schnuffelhase. Die ist ein Schnuffelhase. Und du hast sie scharf kritisiert. Und ich konnte nicht. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Und ich habe sie das auch wissen lassen. Und ja, was will ich damit sagen? Ich bin halt einfach auch nur ein Mensch. Jetzt werden vielleicht auch einige sagen, ja, aber nur weil sie ein Schnuffelhase ist, musst du deine Meinung nicht ändern. Doch. Das passiert ganz automatisch. Wirklich ganz automatisch. Denke ich mir so, oh Gott. Weil ich sehe sie automatisch mit ganz anderen Augen. Ich versuche nachzuvollziehen, warum ich gewisse Sachen so gesagt habe, wie ich sie gesagt habe. Und das habe ich Lea auch wissen lassen. Ich glaube, da ist auch viele Projektionen dabei. Weil, beziehungsweise ich weiß es, weil ich fühle mich ja auch angesprochen durch Männer, die eigentlich nicht das sind, was ich im klaren, nüchternen Zustand sage oder behaupte, mir zu wünschen. Ich sage, ich wünsche mir einen gesunden oder einen sicher gebundenen Partner. Ja. Dann lerne ich jemanden kennen, der mir genau das liefert, was ich möchte. und es passiert nichts. Weil bei mir persönlich wahrscheinlich meine Glaubenssätze noch so destruktiv sind, dass einer, der mir nicht das gibt, was ich möchte, mich wahrscheinlich in diesen bestätigt. Und wenn ich mir Datingformate angucke, dann bin ich sowieso richtig on fire, weil das eh mein Lieblingsthema ist. Und wenn ich dann so Sachen sehe, wo ich dann so denke, wow, wieso macht sie das? So. Dann ist das in dem Moment nicht so gemeint, als dass ich diese Person leiden sehen möchte wegen meiner Aussagen, sondern das sind dann einfach meine Emotionen, die ich in dem Moment teile. Weil mich das so auffühlt und weil mich das so emotional macht. Weil ich gucke das jetzt, ich habe die zehnte Folge jetzt noch nicht geguckt, das Finale, gucke ich jetzt gleich mit euch das erste Mal. Und ich reagiere einfach drauf. Das ist so, wie wenn ihr mit mir zusammen die Folge zu Hause gucken würdet. Und so würde ich reagieren aufgrund der Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe und durch die Brille, die ich eben schaue mit diesen Erfahrungen. Diese Brille ist geformt durch meine Erfahrungen. Die vielen Vermeider, auf die ich mich eingelassen habe oder die vielen Male, in denen ich gehört habe, er will nicht, aber er es nicht glauben wollte und mir dachte, ich kriege das hin. Und dann bin ich wahrscheinlich in dem Moment wütend auf mich selber und äußere mich dann auf eine gewisse Art und Weise auch über den Protagonisten oder die Protagonistin in diesem Fall. Und ich weiß gar nicht, was der richtige Weg ist, aber schon vielleicht mir bewusst zu machen, das wäre, glaube ich, eine ganz nette Sache, jeder dieser Protagonisten könnte ein Schnuffelhase sein. Jeder dieser Protagonisten könnte ein Mensch sein, den ich lieb habe. und ich denke, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich das noch mehr in Betracht ziehe, wenn ich Dinge sage und sie einfach irgendwie, man kann sie ja trotzdem kritisieren, aber vielleicht noch mal ein bisschen liebevoller, ein bisschen so auf dieses Temperament achten, auf diese Dosis von Emotionen. ja, also, lieber Schnuffelhase Lea, es tut mir leid, für jedes Mal, wenn ich sehr, sehr scharf Dinge bewertet habe, die du gemacht hast, ich bin mir sicher, dass auch du in dieser Staffel das Beste einfach gegeben hast. Das, was du zu dem Zeitpunkt für richtig hielst. Und ich bin mir sicher, dass du ein sehr, sehr liebenswerter Mensch bist und ja, das war mir wichtig, das hier nochmal loszuwerden. Okay? Und jetzt schauen wir uns den Kommentar des Tages an. Oh Gott, das ist ein guter Kommentar. Das ist ein richtig, richtig guter Kommentar. Wow. Und zwar habe ich Beauty and the Nerd ja kommentiert und da habe ich beim Salvatore geschrieben, kreischt er im Kontaktsport auch wie eine Sechsjährige. Weil er so viel gekreischt hat und dann hat er ja auch gesagt, dass er Kontaktsport macht und dann habe ich mich halt gefragt, provokant, ob er denn auch im Kontaktsport so kreischen würde wie eine Sechsjährige. Und jetzt kommt der Kommentar von Prinzess Lebnern. Sehr, sehr guter Kommentar. Ich danke dir, dass du den hier hinterlassen hast. Warum hast du nicht im Anfangsbild des Videos wie ein Sechsjähriger geschrieben? Also männliche Form. Ich weiß, du bist schon sehr kritisch in deiner Wortwahl, aber würde mich freuen, wenn es um Geheule geht, nicht immer die weibliche Form genutzt wird. Als ob nur Mädchen heulen würden. Habe tatsächlich einen Sechsjährigen und der kreischt mehr als meine dreijährige Tochter. Haha. Das ist ein guter Reminder. Das ist ein sehr, sehr guter Reminder. Ich danke dir für diesen. Werde ich ab sofort berücksichtigen. An dieser Stelle möchte ich dich dazu einladen, den Brauch zu machen von meinem Angebot für dich. Und zwar kannst du ganz, ganz, ganz viel Reality TV gucken auf RTL Plus und über mich bekommst du deine neue Mitgliedschaft vergünstigt und alles, was du dazu brauchst, dann ist so unten in der Infobox. Und dann würde ich dich gerne auch noch dazu einladen, mit mir deinen Gemütszustand zu teilen. Und zwar in den Kommentaren mithilfe von Hasen Emojis auf einer Skala von 1 bis 5. 1 ist ich für mich nicht gut. 5 ist ich fühle mich richtig, richtig gut. 3 ist so mittelmäßig. Wie fühlst du dich aktuell? Ich fühle mich jetzt, ich würde vier Hasen Emojis einmal einloggen. 1, 2, 3, 4. Genau. Lass mich bitte wissen, wie es dir geht. Und nun fangen wir an. Ich treffe heute Christine und freue mich schon ganz doll. Ich bin sehr gespannt, was sie sagt zu diesem wunderschönen Setting hier. Los geht's. In erster Linie stand bei diesem Part des Finaldates jetzt erstmal der Spaß im Vordergrund. Ich hätte es auf jeden Fall sehr gewährt, dass ich hier sein darf. Ich auch. Ist auch noch lange nicht vorbei. Ja, zum Glück. Mal so ganz optisch gesprochen, ich finde, die beiden wären ein schönes Couple. Also es ist so ein Paar, so ein Frauenpaar, bei dem ich zweimal hingucken würde. Da würde ich schon so denken, irgendwie geil. Ich mag das auch, wenn gleichgeschlechtliche Paare sich ähneln. Das ist so ein kleiner, so eine kleine Vorliebe von mir. Und ich finde, die beiden sind so vom Typen eher ähnlich. und das finde ich sehr, sehr hot. Know what I mean? Wisst ihr das? Findet ihr die beiden wären optisch schön zusammen? War absolut beeindruckend, auf Copanier zuzusteuern. Ein Dorf oder fast schon eine Stadt mitten im Wasser, das ist ja, ziemlich besonders. Ja, ich glaube, es ist die beste Idee mit so Birkenstock, Badelatschen, Fußball zu spielen. Das ist schon das richtige Schuhwerk. Man nimmt ein Blatt, dann wahrscheinlich Soße und dann die ja und dann eine ganze Ingwerknomel drauf. Ja, klar. Eins, zwei, drei. Mh. Boah. Mh. Wow. Richtig gut. Also, was sehe ich? Ich sehe, dass die gleich Durchfall bekommen und ich sehe, dass die so richtig gut miteinander können es ist so ein richtig entspanntes Date, was erstmal sehr positiv ist, aber ich sehe keine körperliche Verzerrung. Also, weil wenn Maike da ist, dann verzerrt sie sich nach ihr. Wisst ihr, was ich meine? Die können gar nicht so die Pfoten voneinander lassen und jetzt hier bei der Dame ist es eher so ein, ja, es ist ein nettes Miteinander, aber da schwingt jetzt nichts über, also da ist jetzt nicht so, dass da die Prinzessin irgendwie, ich wollte gerade sagen, sapschig wird, aber es ist auch zu viel des Guten, aber so, dass sie so, ähm, ne, bei der Maike, da fässt sie immer an den Arsch, dann wird sie die immer wieder küssen und so weiter, deswegen ist laut jetzigem Stand mein Tipp, dass sie tatsächlich die Maike nimmt, ehrlicherweise. Kannst du mit deinen Zimmerpflanzen ausprobieren? Aber der Witz von der Prinzessin ist nicht so gelandet, ne? Kannst du mit deiner Zimmerpflanze ausprobieren und siehst so, meinst du das jetzt ernst? Soll ich das wirklich probieren? Ich glaube ja. Das ist auch eine gute Sache für die Meeren, ne? Einfach so ein Ding da einfach so rauslassen, oder? Die Bootsfahrt zurück haben wir da nochmal richtig genossen und ja, da habe ich mich Christine auch, da habe ich mich ihr sehr nah gefühlt. Da habe ich mich ihr sehr nah gefühlt, ne? Sonst jetzt aber über das Date hinüber nicht so, oder? Oder habe ich das falsch beobachtet? Hast du schon eine Idee, was du später loslassen willst, wenn wir die Bananenbrote, die Boote, Brote loslassen? Ach, so ein bisschen vielleicht die Angst, Maike und du? Ja. Weil ich würde sagen, dass für mich das außerhalb von Prinz Charming das eine sehr krasse Red Flag wäre, weil ich mich sehr zurückhalten würde, wenn ich wissen würde, dass da noch eine Ex-Dating-Person, Beziehungsperson wäre. Zu Recht. Also, ja, das ist ein guter Instinkt. Also klar, wir daten keine Person, die ihre Ex noch datet. Machen wir nicht, ist keine gute Idee. Dass da noch jemand ist, der da sehr starke Konkurrenz ist und einfach irgendwie in meinem Gefühl einfach weiter ist als ich. Und das ist einfach ein seltsames Gefühl. Aber Respekt dafür, dass du das trotzdem durchziehst, ne? Weil das ist ja wirklich eine krasse Ausnahmesituation und das muss man auch erst mal können. Also, das dann mit seinem Selbstwertgefühl irgendwie auszumachen, ist, glaube ich, nicht ohne. Weil du gerade selbstkritisch meintest, dass du dann auch verunsichert bist dadurch oder dich quasi, also vergleichst du dich dann mit ihr oder wie? Alles in allem. Also, klar, vergleiche ich mich mit ihr. Ich weiß, dass ihr viel weiter seid. Ich weiß, dass es einfach auch für dich einfacher ist, zu einer Person um zu gehen und es halt irgendwie vertraut ist, dieses vertraute Gefühl, was ich nicht aufholen kann. Aber eine wunderschöne Konversation, das schafft doch Nähe, oder? Einfach so ganz pur einmal sagen, was in einem vorgeht. Ich finde, das ist so schön. Das ist alles im Leben. Ich finde, das wäre ein schöner Moment um die Bananenboote. Ja, stimmt. Sollen wir gemeinsam einen Wunsch ziehen lassen oder für sich? Ich finde gemeinsam eigentlich ganz schön, glaube ich. Irgendwie fühlt sich das rein von der Energie her an wie so ein Abschied. Das ist so ein Ach, wenn alles anders wäre, hätte es irgendwie schön sein können mit uns, aber es ist nicht anders und deswegen wird es auch kein Happy End geben. Findet ihr nicht? Irgendwie fühlt es sich an wie so eine Abschiedsstimmung. Es ist so eine betrübte Ach ja, schade Stimmung. Eigentlich der schönste Wunsch, den ich habe, ist, glaube ich, dass wir uns einfach an eine richtig schöne Zeit erinnern können. Ja, ich glaube auch. Und egal, wie es ausgeht und für was es gut ist, sehen wir dann. Wisst ihr, was ich meine? Egal, wie es ausgeht und wofür es dann gut ist, wofür ich mich entscheide und es ist nicht du, dass wir uns einfach lieb haben, ne? Ciao. Eigentlich kann sie jetzt auch schon gehen. Katz ist direkt ausgegangen, aber egal. Das war ein absoluter Traum, dort mit dieser Aussicht aufzuwachen, neben einer wundervollen Frau. Ich finde aber, Lea sah gerade nicht so glücklich aus. Die war so, man ist das Date endlich vorbei. Also, um dir vielleicht auch noch mal ein besseres Gefühl mit auf den Weg zu geben, dass ich halt jetzt nicht danach gehen werde, wie viel Intimität tausche ich aus, weil da vielleicht zeitlich einfach wir uns noch nicht so viel kennen oder so nah kennen. Ui, aber okay, das reflektiert sie ja schon mal richtig gut, ne? Das ist ja auch schon so eine Info an diese Dame, dass sie mit der anderen mehr Intimität austauscht und dass die vielleicht nicht miteinander geschlafen haben heute Nacht und dass sie aber gleich mit der anderen schlafen wird. Ey, das muss man auch erst mal alles verdauen, ne? Jetzt mal ganz im Ernst, mir tut diese Finalistin, ähm, ihr Name ist mir gerade entfallen, sehr, sehr, also ich habe, ich fühle da sehr stark mit, ne? Darauf habe ich mich eingestellt und, ähm, ja, damit komme ich auch irgendwie klar und, ähm, vielleicht zum Positiven für mich? Nee, nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das der Blick gesagt hat, ehrlicherweise von der Lea, aber sehr transparent, ne, wirklich, sehr, sehr transparent und fair, ihr gegenüber, sie scheint zu wissen, worauf sie sich da gerade einlässt und dazu führt eben auch, dass Lea so transparent mit ihr umgeht, ne? Danke, dass ich auch so viel mit dir erleben durfte. Danke. Sehr gerne, sehr gerne, ich danke dir. War jetzt auch ein bisschen so wie das Ende eines Gesprächs mit dem Bandberater, ne? Danke dir, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir vielmals, danke schön, ja? Empfehle mich gerne weiter, empfehle mich gerne weiter auf Google, würde ich mich sehr, sehr freuen, ja? Hier kannst du den QR-Code scannen, ne? Danke. Wir machen einen kleinen Rundflug über Phuket heute. Ich glaube, das wird, äh, ich freue mich voll, richtig cool. Auch das, liebe Leute, ne? Was haben die anderen gemacht? Ja, die waren auf so'n Boot, ne? Ne, ich finde so'n Rundflug über Phuket wäre nicht tatsächlich schon ein bisschen geiler. Ja, ich glaube, das macht auch noch mehr miteinander, bei der Höhe und so, kribbeln, ich glaube, das wird hier echt besser. Das war so much fun. Best trip of my life, to be honest. Do you have iced Matcha? Please. Ähm, with almond milk? Yeah. Yes, please, two go. Two? Two. Es war total schön, einfach mit Lea so ein bisschen durch die Straßen zu schlendern, ein paar Shops anzugucken, ein bisschen was zu trinken, zu holen. Ne, seht ihr? Also so auch, wenn sie wieder den Eis Matcha trinken, die Hand ist an, Poshi. Es ist so, the best trip of her life is what she said in the, in the plane. Ne? Best trip of your life mit Michael, I mean, come on. Bei der anderen war es bestimmt nicht the best boots part of her life, I guess. Nach dem Klärungsgespräch, was wir vor einigen Tagen hatten, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass wir die Leichtigkeit zurückbekommen. Gerade jetzt in dieser Situation in der Altstadt war von der Schwere nichts mehr übrig. Und das, ja, gibt natürlich Hoffnung, dass wir doch irgendwie zusammengehören. Ja, so, okay. Ja, ihr müsst auch wissen, ihr habt gerade diesen Raritätsfakt, ihr habt ganz viele Faktoren, die hier mit reinspielen und die die Situation verfälschen. Das eine ist Rarität, unter anderem. So, Rarität, ihr habt euch das länger nicht gesehen, dann kommt ihr wieder aufeinander. Das ist bei, glaube ich, den kriselndsten Paaren auch der Fall, wenn die sich ein paar Tage nicht sehen und dann wieder aufeinandertreffen, dass man dann Bock wieder hat aufeinander. Dann ist es so, Maike will gewinnen, du fühlst dich zu ihr näher verbunden als zu anderen. Es sind tausend und eine Millionen Sachen. Kamera-Effekt, so viele Sachen. Am anderen Ende der Welt-Effekt und wisst ihr. Dass sie vielleicht so erst mal natürlich das andere als etwas Aufregendes sieht, aber ich kann auch aufregend sein, muss sie halt dann gleich nur einfach sehen. Ich mag das nicht. Für mich ist sie so, als wenn sie so ein bisschen auf der Rolle wäre, weil man das ja auch braucht. Also für die Sendung brauchst du ja auch eine Finalistin, eine zweite und es ist so ein bisschen so, als wenn sie das machen würde, weil sie halt muss, quasi, also weil man es braucht. Aber ich habe, und sie ist in so einer, wie in so einer Bringschuld, ne? So, ich bin auch aufregend. Ich hoffe, sie kann das auch dann sehen, irgendwann. Es ist so, ja, so Maike scheint das Nonplusultra zu sein, aber ich bin auch nicht scheiße. So ein bisschen so, wisst ihr, was ich meine? Ich finde, die halten sich so gar nicht die Waage. Also die haben sich jetzt bestimmt schon zum 30. Mal geküsst, während die anderen beiden da fast gar nicht geschleckt haben, ne? Oh! Tattoo? Hast du Bock? Ja! Ja, okay. Also, wollen wir jetzt schon aufhören mit der Folge? Weil, die lassen sich jetzt ernsthaft ein Tattoo stechen. Ist es deren Ernst? Ja? Okay. Ich habe mich für ein traditionell thailändisches Tattoo entschieden, mit der Bedeutung Protection. Ich protecte mich vor der Polymeike, dass die mir nicht so viel anhaben kann. Ich habe mich für Happiness entschieden. Das ist auch gut bei dir. Du bist so viel am weinen. Bei dir ist so ein bisschen Happiness. Eine Brise Happiness könnte da ganz gut tun. Also für mich sieht das aus wie eine Fettabsaugung. Was ist das für eine... Also die stechen anders, das Tattoo, ne? Das ist ja eine krasse Art zu tätowieren, ne? So, dass er das so per Hand so macht, ne? Und dass er da immer noch diese Linie beibehält. Oh mein Gott. Kommt sie gerade? Oder sind die Fluchtmöglichkeiten für dich im echten Leben vielleicht wieder sehr viel präsenter? Dass sowas nie wieder passieren wird, sowas kann man nicht versprechen. Ich glaube, du kannst vielleicht auch andere Dinge nicht versprechen, aber ich glaube, das ist einfach wie eine gute Basis für eine Kommunikation und für ein Vertrauen haben. Und ich hoffe, ja, dass das hilft. Aber ich bin auch echt froh, dass ich hier geblieben bin und dass ich jetzt noch hier bin und dass wir so viele schöne Momente zusammen haben. Feelings, Feelings, Feelings. Das sind ganz, ganz viele Feelings. Aber wenn wir hier jetzt 100% Feelings haben, dann haben wir drüben bei der anderen 1%. Das ist sehr Feeling lastig. Es war natürlich auch am Anfang einfach die Situation, mir fällt alles aus dem Gesicht, du umarmst mich und sagst, Sex, Sex, Sex. Malke. Ich bin schon und ich bin schon mal später. Hast du nur noch vor heute? Natürlich, das, was ihr beide vorhabt. Ich glaube, ihr seid beide am Pochen. Ihr könnt kaum abwarten, dass die Kameras endlich weg sind. Wir spüren das auch. Es ist so, als wären wir mit dabei. Gar keinen Bock mehr zu reden jetzt. Ich will jetzt eigentlich nur noch schlafen und den vielleicht noch austrinken. Bist du dabei? Okay. Und stellt euch jetzt mal vor, ihr seid die zweite Finalistin und ihr schaut das jetzt mit eurem vergünstigten RTL Plus Premium Abo und dann seid ihr so, ach so, wir sind wirklich einfach nur schlafen gegangen und die haben sich den ganzen Tag während ihres geilen Dates aufgegeilt und flüchten jetzt vom Set, weil sie einfach gerne Fun haben möchten. Es tut bestimmt richtig gut. Wir haben uns natürlich noch eine Flasche Sekt mit aufs Zimmer genommen und haben dann dieses schöne Zimmer noch genossen in vielen Ecken. Voll schön. Finde ich auch voll rücksichtsvoll der anderen gegenüber das so in der Gänze wirklich alles so noch zu sagen. Das deutet auch sehr, sehr viel Empathie hin. Einfühlungsvermögen ist ja das gleiche Daumen hoch. Und vor allem von so einer emotionalen Frau auch. Dass die so rücksichtsvoll anderen Menschen gegenüber ist. Finde ich super. Neben Maike aufzuwachen war natürlich jetzt nicht ein ganz unbekanntes Gefühl. Ich glaube da kann ich nicht ganz ausblenden dass wir so schon mal nebeneinander aufgewacht sind. Es ist ein schönes Gefühl. Es war auf jeden Fall romantisch und ein wunderschöner Morgen. Und schau mal bitte wie sie so zum Leben erweckt wurde. Als sie neben der zweiten Finanisten aufgewacht ist, sah sie so ein bisschen aus wie der Tod. So hat man sie aufgenommen. und jetzt ist so ja das war super super toll und ja sie ist halt total mit dem ganzen körper mit dabei. Wie ist das bei dir so mit sentimental werden? Weil ich merke das jetzt schon dass das einfach so bei jedem Satz denke ich ja gut ist jetzt halt auch der letzte. Also es fühlt sich so krass nach einem Ende an. Als ob selbst wenn sie sich gegen Maike entscheidet als würden die beiden sich nie wieder sehen oder hören. Ich bitte euch. Also ich bitte euch. Ich will das jetzt echt versuchen ungefiltert durch irgendeine Trauma Brille anzuschauen und einfach zu überlegen hey welche Gefühle hast du in mir ausgelöst und was macht das mit mir. Ich sag mal welche Gefühle hat sie nicht in dir ausgelöst? Die hat dich voll in der Hand du bist so verliebt in die mit jeder Phase deines Körpers bist du zu diesem Zeitpunkt verliebt in Maike okay das ist so klar glasklar und so reflektiert du da jetzt auch drauf guckst und so diplomatisch du dich auch ausdrückst es ist jedem klar glaube ich dass du ihr vollkommen verfallen bist vollkommen wie ungefiltert meine Sicht auf Maike ist einschätzen das macht dich sehr sympathisch das macht einen richtigen schnuffelhasen aus da wissen wir bescheid das weißt du auch selber okay wie schön siehst du aus tu auch hi hi Leute ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper könnt ihr das sehen guck mal richtig krass dieser Moment ist super geschnitten alles ist gut daran was ist das für ein Blick hi zu wem hat sie das gesagt zu Maike oder zu der anderen ich will nicht dass du deine bedürfnisse unterdrückst und genauso wenig möchte ich meine bedürfnisse nach tiefer verbundenheit und nach Nähe unterdrücken oh Gott wirft sie jetzt doch raus ich kann noch nicht mehr macht sie das du hast mir gesagt dass du jede entscheidung die ich hier treffe irgendwie nachvollziehen kannst und deswegen weiß ich dass die entscheidung die ich getroffen habe uns nicht trennen wird sondern im realen leben vielleicht sogar noch näher zusammen bringt okay was hast du entschieden ich kann nicht mehr für diese reise hier muss ich dir die kette leider abnehmen ich wusste es ich wusste es ich wusste es es hat für mich noch nicht diesen kompletten romantischen vibe den es gebraucht hätte um jetzt heute zu sagen hey lass uns gemeinsam durchstarten das habe ich gespürt das haben wir alle gespürt aber ja es ist ja dann auch authentisch wenn man so ist das war nichts ich fand die zeit mit dir wunderbar wundervoll und ich wünsche Maike und dir alles ich wünsche euch alles das kann alles sein ich wünsche euch einen weinbruch oder so ich hoffe wir sehen uns auf jeden fall wieder das hoffe ich auch das ist auf jeden fall eine große große reaktion darauf wirklich hat sie toll gemacht ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht oh mein gott leute wisst ihr was sie macht sie entscheidet sich gegen beide wollen wir wetten mir ist klar geworden dass ich nicht jeden abend ins bett gehen möchte mit dem gefühl du könntest am nächsten tag am nächsten morgen vielleicht nicht mehr da sein und deswegen nehme ich dir die kette ab ich gucke gerade tatsächlich den kreis gesehen wow lea was machst du muss ich dir die kette heute leider abnehmen okay wow damit habe ich wirklich nicht gerechnet aber krasser move wirklich krasser 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 move ey als wenn es ey guck mal bitte als wenn es es war so Fügung irgendwie ne dass ich jetzt quasi vor dieser Folge erfahren habe dass sie ein Schnuffelhase ist dass ich irgendwie in dieser letzten Folge nochmal ein bisschen anders reagiert habe und dann kommt jetzt so eine Entscheidung weil für mich gab es irgendwie nur schwarz oder weiß entweder sie nimmt die eine oder die andere und das finde ich gerade richtig richtig groß von ihr wow hier habe ich festgestellt okay es ist gerade einfach nicht das dabei was ich suche und ich glaube es ist für mich persönlich die beste Entscheidung dann einzusehen dann gehe ich hier mit mir raus das hat sie nicht gemacht oh nein das ist so ein großes Zeichen wirklich das ist gerade einfach zu schön das zu sehen so viele Leute können sich mit genau diese Situation wahrscheinlich identifizieren und dass es nicht so einfach ist wie man sich das manchmal vorstellt Leute gehen zu lassen die man eigentlich sehr gerne mag das ist die heftigste princess charming staffel die es jemals gab krass wow krass aber ein richtig krasser also richtig guter move wirklich und ich werde das nicht vergessen so das ist echt ein ist echt ein appell an alle und wenn ich hier gesehen habe dass niemand da ist der passt dann gehe ich lieber mit mir selber hier raus ja geht mit euch selbst raus bleibt bei euch selbst versucht nicht menschen für euch zu gewinnen die euch nicht eindeutig wollen oh gott dankeschön danke 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 für diese staffel muah ich